Hallihallo viel Leute, ich begrüß euch heute wieder im Kampagnen-Tagebuch für Geschichten aus dem Schatten. Wir haben diesmal wieder ein bisschen weiter gemacht und zwar sind wir weiter Richtung Westen hinter den Wagen, die hatten wir letztes Mal gefunden und mit denen verhandelt, und sind dann weiter in den Wald, weil wir erfahren haben, dass da irgendwo noch diese Räuber oder was auch mal das nicht sein müssten. Und zuallererst haben wir beim, also wir waren im Spurensuchen recht erfolgreich und zum Glück hat unsere Schurkinn auch nach oben geguckt, während wir alle nach unten geschaut haben, und haben festgestellt, dass da im Baum ein reptiloides Wesen saß, das ist das, was man hier mittlerweile durchgestrichen sieht. Und haben dann natürlich auch, bevor man redet, erstmal direkt angegriffen, wo ich einen Kampf entbrannte, der nicht ganz ohne war für uns, denn das Viech hat sowohl einen Giftstrahl gehabt, mit dem es uns vergiftet hat, und Angst verursacht, wenn man das das erste Mal gesehen hat, was durchaus einiges an Debuffs reinsetzt. Wir konnten, oder in meiner Wenigkeit konnte es dazu bringen, vom Baum runterzukommen, indem ich dann da eine Feuerbrandruhne gemacht habe, die hat im Umkreis Feuer erzeugt, sodass er da zumindest runterhüpfen musste und dann bei uns unten war, dann konnten wir auf ihn draufhauen. Dafür wurden insgesamt wirklich zwei Glückspunkte eingesetzt, damit wir halt auch sicher durchkommen, weil er eine ziemlich hohe Rüstung hatte, ich glaube, also geschätzt irgendwas um 17, 18 in dem Bereich, von der Beobachtung her. Irgendwann haben wir ihn mit 16, glaube ich, mal nicht getroffen, oder sowas. Oder, nee, mit 21 war man nicht 5 über seinem Wert, oder sowas. Das ist auf jeden Fall so, okay, der hat eine massige Rüstung, und mit Debuffs drin, durch Gift und Angst, hat man es entsprechend schwer, ihn zu treffen, also wurden da Glückspunkte rausgehauen. Damit haben wir ihn dann aber auch mit ein paar starken Treffern kaputt bekommen. Die Schurkin hat das Gift seiner Zähne, oder auch sein Gift, ich weiß gar nicht, wo genau das ist, aber das war halt so ein, ja, super Gift, und sie als Schurkin kann halt umgehen, top. Mein Zwerg hat sich die Zähne von ihm rausgerissen, weil, naja, da kann man vielleicht mal so etwas verarbeiten, und unsere Magie rennt es zu seinem Kopf hin, weil sie davon angezogen wurde, und hat dann den aufgeknackt und hat da drin einen milchigen Stein mit so purpuren Einlagerungen oder sowas drin gefunden. Das wohl eine Anspielung ist auf die Karte, die sie ausgewählt hat. Hier, The High Priest, ich weiß gar nicht, stimmt hier, das Ace of Pentacles. Wir wissen noch nicht, was sie dort auf sich hat, aber das war wohl das, was sie dann mitgenommen hat, um, wir werden dann herausfinden, was das macht. Haben dann noch geguckt, ob ein Nest oder sowas, von dem wir oben drüben sind, haben aber festgestellt, dass das wohl mit verbrannt ist, und wir haben erfahren, dass das einen, dass sich so etwas Draco nennt, von der, wie heißt sie nochmal, Dolores, mit der wir dann unterwegs sind, sind dann weiter, bis wir irgendwann Gesang aus dem Wald gehört haben. Da hat nämlich jemand über die Truppe vom Schinderhannes gesungen, und dem haben wir uns dann die beiden Zwerge sich vorsichtig angewehrt, haben festgestellt, dass das wohl ein Brigant ist, der da sitzt und trinkt und wohl aufs Lager aufpassen muss. Also haben wir dem Schnaps angeboten und ihn abgefüllt, um damit er uns Fragen beantwortet. Und dank ein paar glücklicher, ausgegangener Willenskraft würfelt er auf unserer Seite, zumindest bei mir, ja, da ich, da mein Zweck nur Alkoholiker ist, muss der würfeln, ob er sich nicht selbst auch mit umschädelt, hat er zum Glück dann nicht. War das Ergebnis vom Lied, dass wir ihn ja befragt haben, bis er halt so voll war, dass er einfach nach hinten umgekippt ist. Mein Gedankengang dahinter war vor allen Dingen so, okay, wir wissen halt nicht, wo der Rest deiner Gruppe ist, wenn wir den jetzt umhauen, kann es sein, dass er einmal laut schreit, und es kommen sofort seine Freunde dazu. Also nutzen wir mal den Weg der Diplomatie, sprich des Alkohols, und haben hier jemals herausbekommen, dass seine Jungs, er zu der Gruppe vom Schinderhannes gehört, und die hier wohl plündern durch die Lande ziehen, dass sie mal den Wagen unterschieben, indem sie da Zeichen hinschmieren, und es damit so als böse aussehen lassen, dass es ja nur die Waage gewesen sein könnten, und dementsprechend unentdeckt bleiben. Und er ist hier geblieben, um die Höhle, in der sie ihre Tiere haben, und so was, und Gefangenen zu bewachen. Und da haben wir dann am letzten Mal aufgehört, unser, weiß ich, weiteres Vorgehen, was wir vorhaben, soll wohl sein, oder es ist unsere Idee, dass wir die Höhle durchsuchen, gucken, ob wir dort die Gefangene, um die es ja geht, die Frau vom Silas finden, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt, aber das ist ja die, die wir wiederholen wollen, und wahrscheinlich, ehrenhaft wie wir sind, wollen wir die Räuberbande auch hops nehmen, weil das geht ja nicht, dass die ja weiter plündern, also wäre die Idee, dass wir da irgendwie Fallen aufbauen, und uns was vorbereiten, um die irgendwie zur Strecke zu bringen, weil, naja, das, da das wohl schätzungsweise irgendwie zwei Dutzende oder so sind, wird das dann im Eins-ge-eins-Kampf, wenn wir uns die auf freier Fläche stellen, und sie haben Pferde, das ist also auch schon nicht so super, das heißt, wir sollten uns halt was überlegen, wie wir sie austricksen können, um uns den Kampf möglichst einfach zu machen, und, ja, da werden wir beim nächsten Mal weitermachen. Bis dann, Leute, wir machen's weiter.